Das ist nicht so praktisch, um Corona zu überleben. Ja, um Corona zu überleben, ist es wirklich nicht praktisch. Wie du schon sagtest, eine Granate in der Solette, aber kein Klopapier. Und Munition davor. Oh, oh, oh. Hier, noch eine Granate, aber kein Klopapier. Ähm, noch eine Granate, aber kein Klopapier. Alles an Klopapier weg. Da war wohl ein Aaron, ein Traitor. Ja, ein Darkplace kam und hat das ganze Klopapier weggenommen. So. Ja. Ja, ich würde sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT, zu einer neuen Runde Wodka, zu Kavlert, Wodka, Wodka. Wie die Nacht? Glaubershov. Priwert, äh. Morgen, Mittags, Abend, ich will saufen und Darkplace kann nicht mehr laufen. Ihr werdet mich niemals finden. Ich will dich gar nicht finden. Da hast du eine Kiste reingebackt. Nö, gibt es besser. Das ist eigentlich wieder vercrackte Map, wo bin ich? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Map nicht. Und wieso funktionieren hier die Kisten normal, ohne dass man reinglitscht? Ja, vielleicht liegst du noch an der Map. Alles klar, ich habe auf einmal nur noch 30% zu, wo ist das noch ein Preparing? Oh, hier kann ich auch in einer Kiste glitschen. Ich bin in einer Kiste drin und ich bin innocent. Innocent. Ey, Dark. Ja, was geht? Wo bist du? Weiß es nicht. Ich habe dich, glaube ich, gerade irgendwo gesehen. Komm auf die Hauptstraße. Was, die Hauptstraße? What the fuck? Ja, auf diese große Straße, wo alle Häuser hinzeigen. Oder Weg. Ja, ich habe gerade gesehen, wie Saka Sark umgebracht hat. Ja, weil ich nicht wollte, dass er zu dir kommt. Er musste einfach sterben. Saka ist traitor, Corned. Corned, Aaron ist traitor. Ja. Ich möchte mal kurz anmerken, what the fuck, Aaron, was hast du für einen Skin? Ich habe keine Waffe mehr, oder? Doch. Nein! Du hast einen Skin, Aaron, jetzt mal ganz ehrlich. What the? Hä? What the fuck habe ich für einen Skin? Aaron ist traitor. Ich glaube, du hast es von der Map aus. Ja, wollte ich gerade aussagen, von der Map aus. Ich habe vergessen, zweite Chance zu aktivieren. Ja. Also, zu kaufen. Doof. Das ist mir doch der Skin. Ich wollte halt, tut mir leid, Dark, aber ich wollte verhindern, dass du zu Aaron gehst. Ich wollte das einfach nicht. Ihr seid, das ist kein guter Umgang. Ich wollte ihm das Geheimversteck zeigen. Ich weiß, und ich habe ihn umgebracht. Aus Versehen, natürlich. Das war nicht meine Absicht. Der Boomerang ist mir außerhand gegleitet. Ja, voll. Gute Aussagen. Ich bin übrigens Preparing. Und ich bin Innocent, weil ich kann gar kein Traitor werden. Das ist ausgestellt. Also, ihr müsst mich nicht verdächtigen. Nein, wenn man auf die Toilette geht, dann kommt man auf die Toiletten, Leute. Wow. Alter, die Map ist ja super toll gestaltet. Ja, würde ich auch sagen. Wenn du über ein Haus guckst, leere. Einfach nichts. Ja. Ja. Also, also ein grüner Boden. Bei mir gehe ich durch die Kisten durch. Ich bin Innocent und ich werde Darkest Traitor. Aber durch manche konnte ich nicht durchgehen. Aber hier dieses Waffen. Lass mal Waffen finden. Ich finde irgendwie nie eine Waffe. Ja, hier ist es richtig schön, eine Waffe zu kriegen. Ja, ich habe deswegen auch nur eine Sniper. Ne, ich hatte bis jetzt immer eine Shotgun. Ja, wenn du immer in der Schulze auch immer hingest. Ich habe jetzt eine Waffe gefunden. Und auch nur eine einzige. Ja, und wäre ich Traitor, wäre es ja schon längst tot. Dann hättest du keine Chance gehabt, eine Waffe zu finden. Ich hätte dich nämlich gleich auseinanderknallt. Aaron, wolltest du mir noch ein Versteck zeigen? Ja, warte, warte, warte. Oh Mann, warum bin ich nur... Warum bin ich kein Traitor? Ich würde gerne wieder aufschweigen. Okay, da, 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 komm. Hi, ist Corny, Corny? Auf der Straße bei den anderen drei, zwei. Ich bin bei Aaron und Corny. Was? Ich bin bei Aaron und Corny. Wenn ich tot bin, dann... Ey, nicht mich verfolgen. Abstand halten. Ja, okay. Das ist mein und Stark Versteck. Ja, okay, ich halte Abstand. Ich bring dich um, ich bring dich um, Corny. Sacker, Abstand. Ich halte Abstand. Ich halte Abstand. Corny! Ich halte Abstand, ich halte Abstand. Corny, weg. Weg, ich halte Abstand. Das ist mein Zeug. Ich halte Abstand. Ich halte Abstand. Dann kommt doch ins Haus. Tag, schnell, 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 schnell. Bis jetzt hier zur Tür ist dann zugegangen. Sie sind da, sie sind da! Run! Ach so. Ach so. Ihr wolltet da jetzt schnell reingehen und dann... Warte, wenn ihr hier reinkommt, KOS. Corny, geh weg. Ihr weg! Ja, Corny, wenn du reinkommst, sch束st du. Ja, sag ja, wenn du reinkommst, schliffst du auf. Ja, sag ja, wenn du reinkommst, schliffst du auf. Ich hab ihn vorgewarnt. Sag ja, wenn du reinkommst, schliffst du auf. Ja, aber ich komm ja nicht rein. Wie geht denn die Tür auf? Wie? Mit Ehe. Aber ich würd's nicht provozieren. Ich hab Ehe gedruckt. Wann ist er mit dir? Er hat mich abgeschossen. Tag, du bist so gut. Danke, Tag. Ich muss eigentlich Tag hier hochlocken, um ihn wiederzubelegen. Ja, ich weiß. Und das wollte ich nicht zulassen. Deswegen hab ich das auch provoziert. Damit Dark dich umbringt. Ja, aber ich mag den Diffrey nicht. Ihr könnt ihn gern benutzen. Und deswegen versuch ich euch so weit wie möglich davon abzuhalten, den Diffrey zu benutzen. Ja. Und deswegen hab ich auch gerade auf Dark geschossen. Warum sieht eigentlich der Krabs aus wie so ein Plüsch-Teddy? Was hab ich doch nicht. Ein Plüsch-Teddy. Warum hast du auf mich geschossen gehabt? Weil Jesus. Was haben wir auf dich geschossen? Ja. Ich bin ne Pink's Preparing. Ich auch. Ich werde Darkest Trader. Ich werde Darkest Trader. Voll krass, Alter. Ich bin Preparing. Zu ne Seltenheit. Ich war einmal waiting. Als ich auf Dark gewartet hab. Das war ne Wait-Night. Das ist scheiß Waffe, ey. Ne Wait-Night. Ich hab ne Ska. Ich bin Eno. Ich hab gar nichts und jetzt heute in der Woche. Ich hab aber halt keine Money für die Ska. War schon am Anfang immer Full Money. Ja, aber keine Nachmagazine. Ersatzmagazine. Oh, ich bin Inno-Sent. Inno-Sent. Ich bin Inno-Sent. Ich bin Inno-Sent. Ich bin ein Inno- und hab Sense. Äh, 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 äh. Also wenn ich mir die Sense gegeben würde, wäre ich wirklich ein Inno-Sent. Bin ich hier gerade in der Zahnarztpraxis? Ich bin gerade in der Kirche. Will jemand beichten? Ich bin in der Zahnarztpraxis. Oder ist das ein Friseur? Was soll das sein? Eine Zahnarztpraxis oder ein Friseur? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich beide, wenn dir die Zähne gezogen werden wird. Ja und ja. Ja, da ist so ein hässlicher Spiegel. Aber der gesamte Raum. Also da ist ein Spiegel und ein Sitz. Aber der, der Spiegel macht absolut keinen Sinn. Und der Sitz ist so ein Zahnarzt-Sitz. Ich hab das zur Falterkamera. Aga, was machst du hier? Kurze Mal für meine Ausstraße. Wo? Wo mach ich? Wo, weißt du wo ich bin, Corny? Da, wo bist du gerade hin? Ich will dir den, äh... Wenn ich gleich nicht mehr rede, ist Corny Traitor. Wenn ich jetzt nicht mehr rede, dann ist Aga. Ich auch. La 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 Ich hab dich vorhin noch gesehn, Dark La 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 Da misst du Dps La 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 was wieder der? Warte warte, warte. Guck! Was soll das sein? Poltermakamera warte Toltermako Definitiv Ja Bistase der Traitor Dark Die Frage ist, wo haben die sich beschossen? Da hinten. Ich habe ihn gesehen. Ich habe irgendjemanden gesehen, auf jeden Fall. In der Scheune, wo wir vorhin waren. Saka, er ist am Pia. Hilfe, wie schnell beschießt ihr mich auf 9.9.3 VHP? Nein, hast du mich. Doch. Er ist durch den Hintereingang gerade. Ich weiß eigentlich, wie ich euch so gut töten kann. Siehste, ich hatte wirklich 9.9.3 VHP. Weißt du, was witzig ist? Du hast ja den Backpack angehängt. Auch wenn du unziehbar bist, man sieht die trotzdem. Was? Ja. Den Backpack sieht man trotzdem, auch wenn ich... Und die Maske. Was? Nein. Kacke, das heißt, ich muss den ja ablegen. Okay, merke ich mir. Danke, Corny, dass du das mir verraten hast. Man sieht sowieso die Einschlagslöcher, wenn man sich unsichtbar macht. Ja, aber... Ihr habt noch von lange an gesehen. Ja, ihr habt mich ja noch nicht beschossen gehabt. Ich bin übrigens... Au, mein Knie. Au, mein Knie. Ah, fuck my life. Ich bin tot. Ich finde, das war eine gute Runde. Eigentlich, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich wollte eigentlich singen und Corny sollte still sein. Und ich sage, wenn ich still bin, ist Corny später, dann wollte ich so singen und dann Corny töten und einfach die Schnauze halten. Das hat nicht so gut gesungen. Aber Corny hat mitgesungen. Ja, der hat meinen Plan halt versaut. Wolltest du ihn einfach umbringen sollen und dann wärt ihr beide gleichzeitig schwierig gewesen. Ja. Ich hab ihn auch umgebracht, aber ich hab dreimal verfehlt. Ich bin auch Innocent, na? Innocent. Wer jetzt zu meiner Scheune geht, wird umgebracht. Was und ich? Beim nächsten Mal töte ich erst mal. Corny ist der einzige, der in die Scheune darf. Ja. Das ist nicht deine Scheune, ne? Nein, ganz. Doch. Ich hab sie gekauft auf Ebay-Klein. Weißt du diesen Geheimgang oder meinst du diese wirkliche Scheune? Ja. Geheimgang. Ähm. Die hässliche Scheune kannst du haben, Corny. Der Geheimgang ist nur für Dark und mich. Ja, okay. Ähm. Aaron, wenn ich das nächste Mal Traitor bin und dann töte ich einfach zuerst Corny und sage, ich bin bei Corny. Wenn ich aufhöre zu reden, dann ist Corny Traitor. Dann fang ich an zu singen und bin still. Hallo? Schließ dich doch, du scheiß Tür. Aaron, dreh dich mal um. Ich möchte etwas beichten. Ich bin Traitor. Möchtest du? Möchtest du? Nein. Nein. Dann musstest... Versauen wir dich beim Plan, Corny. Corny, alles gut. Ich bin da. Ich bin da. Versau ihn im Plan. Ich bin gleich da. Alles gut, Corny. Lebst du noch, Corny? Nein. Doch. Du lebst noch. Nein. Du lebst du noch, Corny. Nein. Mach, Alter. Mach, Alter. Nein. Ihr seid gleich als Penner, Alter. Wie die einfach an unsere Geheimgang reinkommen. Ich hab den... Ich bin nicht reingekommen. Ich hab den... Wenn du willst, dass ich Trader werde, dann musstest du es auf die vernünftige Weise machen. Und ich so, komm. Willst du? Ja. Eigentlich, wo ihr den Akaroff gemacht habt, ich wollte eigentlich eine Granate herwerfen. Aber... Ach so, oh. Ach so, oh. Toll. Die Granate hat mich getroffen, aber war nur eine Discombulate, die auch immer heißt. Keine Ahnung. Ja. Ja, aber trotzdem. Ich hab mich nur weggeschleudert. Ähm. Ich war halt nicht... Ich bin halt nicht reingekommen, ne. Ich hab nur durchgesucht. Geil. Ich spawnet das erste, was ich höre, eine Toilettenspülung. Was will man mehr? Was sagt das dir? Spülen nicht vergessen. Hände waschen. Genau. Hände waschen nicht vergessen. Corinna. Ich kenne Corinna. Ah, okay. Wir hatten Corona im Angebot. Im Getränkemarkt. Geil. Auf dem Werbepark Lakat draußen halt wirklich Corona nur noch 6,49. Ich hab meinen Arbeitskollegen erstmal gefragt, ob das überhaupt Sinn macht. Hier. Ich hab Ich auch nicht, er will dich Trader machen. Fick dich, Alter! Hier ist halt wirklich Toilettenpapier! Danke, Alter! Ja, aber wo? Ich bin zufrieden! Was machst du, Cornet? Ich hab Toilettenpapier, ich bin zufrieden. Okay, mach Toilettenpapier. Komm, mach zu, komm, mach zu. Ja. Ich will auch rein. Cornet macht zu. Toilettenpapier auch. Toilettenpapier auch. Mix-Tücher, Mix-Tücher. Achja. Wir sind im Gefängnis. Ich weiß nicht mal, wo hier das Gefängnis ist. Das ist irgend so ein hässliches, großes Gebäude. Ja, okay, ich bin gerade bei euren versteckt. Ich geh doch mal schlafen mit Toilettenpapier. So, warte. Was ist das überhaupt für eine Riesenzelle? Folgt der Klospülung, Sacker. Okay, sofort. Kannst du wirklich eine Klospülung dort veranstalten? Kannst du wirklich eine Klospülung dort veranstalten? Kannst du wirklich das überspülen? Ja. Ich hab ne Tür gehört, Sacker, bist du da? Ich bin, äh, in euren Versteck da. Das hat gar keiner. Ja, hab ich gemerkt. Äh, ich lebe damit immer erschossen. Einer von euch wird... Einer von euch wird... Einer von euch... Ja, ich lebe noch. Einer von euch wird ja eh bald sterben. Weil ihr... Einer von uns beiden Traders. Ja. Und da ich hier nur bin, äh, weiß ich nicht, ob ich dorthin kommen sollte. Also eine Rolle Klopapier haben wir noch. Ja, könnt ihr gerne nehmen. Ich bin in euren Versteck, wenn ihr da auch hin... Meine Rolle Klopapier! Ja. Corona. Es sichert sich jetzt an der Beine Toiletten. Klopapier rollen. Klopapier. Fuck! Ich hab die andere runtergeschleudert. Mhm. Alles gut. Ach, hier ist ja ne Scheune. Ne Klopapier-Song, da gibt es ja gar keinen Sinn mehr, ne? Wieso? Niemand würde mehr Klopapier für andere Leute mitbringen. Ja. Okay, ich hab gerade beide Klopapier rollen weg wie Litsch. Ah, hier sind wir. Alles gut. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Das ist aber auch besser. So, weil einer von euch ist... Einer von euch ist Traitor. Da bin ich... Connit ist wahrscheinlich Traitor, aber Connit ist hier auch Connit nicht mehr. Wo ist Connit? Ist er... Ah. Keine Ahnung. Jetzt ist Connit wieder da. Jetzt macht Connit gerade die Tür auf. Connit hat irgendwas reingeschmissen. Connit macht die Tür wieder zu. Eine Granate. Eine Granate. Ich denk mal wirklich, er ist Traitor. Aua! Wo seid ihr? Ich will euch helfen Connys Traitor. Komm her, komm her, komm her, komm her. Connys Traitor. Connit ist, Connit ist. Ich bin's nicht. Ich hab alle aus Spaß reingeworfen. Ja, aus Spaß mit anderen Leuten lebenspielen, ne? Aua, what the fuck? Ich hab dich gehofft. Ich hab dich gehofft. Ich hab dich gehofft. Respekt. Wo seid ihr? Ich weiß nicht. Wie komm ich da unten hin? Connit, stell dich einfach mal vor die Tür und zeig Saka, wo das ist. Doch, ja. Eine Schlittenpapierrolle ist jetzt weg. Saka? Ja. Papier hatte jemand seine Tage? Ja. Ich glaub, das warst du. Ja, warum bist du da so sicher? Wo bist du? Weil meine Tage... Komm mal her. Ja, ich lauf hier überall. Ach da. Ach da, ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Der Traitor hat halt nur noch... Ja, Saka ist. Drei Minuten wahrscheinlich nur noch. Ja. Ja, Saka ist Traitor. Ja. Wir können hier nix machen. Wir können ihn halt durch die Gitter abschießen, also. Ja. Ey, wer da kommt, könnten wir helfen hier. So, hier guckst du hier. Jetzt komm, warte, warte. Warte, warte. Wir haben... Mit Klopapier. Gib das Klopapier mit. Warte, warte, warte. Wir haben einen... Einen großen Fehler. Unsere Textbox. Ja. Ähm, wisst ihr, was ich gerade gemacht hab? Weswegen ich wollte, dass ihr zu eurem Versteck geht. Ich hab's grad mit C4 in die Luft gejagt. Ach so. Ja, und Conny hast du gerade auch umgebracht, oder? Ja, ich weiß. Aber Conny hat's auch verdient. Ihr habt Conny halt als Kanonfutter rausgeschickt. Ihr seid... Wenn ihr auch sagen könnt, dass Conny es ist. Ja, stimmt. Das habt ihr ja auch gedacht. Ey, ich kann gar über das Ding sch... Siehst du... Mich sieht man nicht, oder? Doch. Wenn ich hier so... Wirklich? Mhm. Warte, warte. Sieht man mich so? Nö. Alter. Und ich kann hier rüberschießen. Saka, wo bleibst du? Ich... Ich... Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. In dem Gebäude, wo Korde vorhin war. Ja, aber da bin ich doch. Ja, und dann geh mal ein bisschen weiter rein. Da sind wir im Knast. Gibt's hier einen Knast? Wir kommen hier sowieso nicht raus, wenn wir eingesperrt sind, dass wir es schon innen nicht aufmachen können. Ja, aber hier ist kein Knast. Oh, doch. Also mit uns ist das nicht so wichtig. Ich kann mir leider die Zhihab-Bahn mir nicht leisten, sonst hätte ich hier... Hiiii! Er hat uns gerade versucht, mit dem Bomber reingehen zu treffen. Ich hab euch... Ich hab euch rausgelassen. Und bist einfach an Zeit verkackt. Also, äh, sagt, es war ein Fehler, mich einfach zu töten, weil ich hab den... Wege anstrengen wollen. Ich... Ich weiß, ich hätt mich auch hier hingestellt und... Hätt ich gewusst, dass ihr da nicht raus könnt, hätt ich hier C4 platziert. Das haben wir schon irgendwie fünfmal gesagt. Dann hätte ich die hier C4 platziert oder die Zhihab-Bombe genommen. Zhihab. Ich hoffe, ich bin nochmal Traitor und ihr geht dann nochmal rein. Naja. Moment, mir fällt gerade auf, meine zweite Chance hat gar nicht funktioniert. Ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Ich hab das nur gerade zufällig am Bitschirmrand gesehen. Ach ja! Ach ja, Zeit ist abgelaufen. Stimmt, ich war ja noch ein Leben. Alles gut. Mein Fehler. Ich... Wie... Wie ihr einfach corny-verdächtigt habt. Das finde ich gut. Hast du das gesagt vorne hier oder du? Ne, ne, ne. Und vorne hat er eine Granate auf unsere Flesse geschmissen. Und das hat das einfach nur ein Präsent aus gutem Willen. Ja, ich bin innocent und ich werde jetzt Dug-Blitz töten, weil ich Lust habe. Hier, weil's lustig ist. Bitteschön. Hast du Dug jetzt wirklich umgebracht? Nein, nur eine Granate reingeschmissen. Äh, bleibt brauche ich, oder? Eine Granate vom Sack. Ja, ich hab 94, ich hab eh nur noch. Oh, Dug ist ja... Ne, das ist nur Dug, so dein Name Dug. Ich hab dich nicht zu sehr verletzt. Deine... Ich meinte jetzt nicht deine Gefühle, das ist mir egal, sondern dein Leben halt. Mach doch mal, Aron, schau mich mal an. Deine Skin, Alter. Schau mich an. Oh, okay. So. Lacker, geh mal rein. Ne, geh dir rein. Das... Das Klopapier. Komm mal, komm mal her. Hier ist Klopapier einfach. Klopapier. Ja, also ich mischte das nicht, hier drin zu sein. Ich bin... Ich bin Inno. Äh, kann man das von drinnen auch zumachen? Äh, nö. Wer hat das denn vorhin zugemacht? Cornit. Ach so. Wir haben ja kein Problem. Ja. Da hätte ich Cornit Inno. Wir sind hier Corona vorbereitet. Ich hab leider... Ich hab leider kein C4, weil ich kein Traitor bin. Ich frag mal... Ist einer von euch Traitor? Nö. Corni, kannst du mir mal C4 droppen? Ich bin kein Traitor. Aber wenn du Traitor bist, dropp mir mal bitte C4. Wenn du Traitor... Ich hab keine Waffe. Wenn du Traitor bist, dropp mir C4. Ich möchte hier bitte C4 vorplatzieren. Corni. 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 Wie war das? Ja. Ja. Die beiden sind gefangen. Die können dir nix tun. Aber du. Ja, weil ich Inno bin. Wenn du Traitor bist, hast du nix zu befürchten. Wenn Corni sich so weigert, ist halt wirklich kein Traitor. Dann Dark oder... Da kommt man halt irgendwie... Da kommt man irgendwie raus. Ne, hier kommt man nicht raus. Hier... Das ist nur ne Toilette. Äh... Wisst ihr was? Äh... Dark Place oder Aaron. Einer von euch tut mir leid, weil ihr mit dem Traitor da drin seid. Oh, das ist lustig. Wer ist von euch wohl Traitor? Wer ist wohl Sacker? Ich glaube Dark. Ja. Ja, Dark oder Aaron. Wenn du dich so weigerst mir C4 zu geben, um die zu töten, dann... Du bist so verhindert. Du bist so verhindert. Du bist so verhindert. Was? Was? Habe ich wirklich nicht gescheckt. Ich lag da aber auch ganz gut, oder? Manchmal hast du das Gefühl, dass Dark einen Aimbot hat, weil der immer trifft. Ja. Ich sag, ich treff mich immer. Doch. Also das war auf jeden Fall lustig. So. Und ich mach mir erstmal kurz was zu essen. Ja. 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 So Dark Place. Ah. Na ciao. Ciao. Ja. Wir haben noch, äh... User disconnected from your channel. Äh... Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Aufnahme. Aber... Ja. Wollen wir nochmal so ein kleines 1 versus 1 machen? So ein kleines Abschluss? Wir können noch kurz warten, bis Aaron sein Essen geholt hat, weil das dauert nicht lange. Er macht sich eh nur Pizzereien und ist dann wieder da. Ja, das können wir natürlich auch machen, aber... Das ist wahrscheinlich noch da, bevor der Map-Change fertig ist. Ja. Wir warten einfach kurz. Und wir warten. Und wir warten. Aber war schon doof, dass ich es halt nicht gescheckt hab. Aber jetzt, wo grad keiner da ist, werde ich nochmal kurz Werbung machen. Also, wo grad alles still ist. Äh... Ja, wenn die Map gestartet hat, dann mache ich Werbung. Guckt in der Videobeschreibung. Hashtag Werbung. Äh... Joint hier ruhig auf den öffentlichen TS-Server. 18 Slots, glaube ich, sind das. Könnt ihr mal gegen uns spielen oder gegen andere. Äh... TS, äh... Vom Partner... Partner TS und mein TS ist auch in der Videobeschreibung. Ähm... Und die, äh... Kollektion zum Download. Äh... Bevor ihr joint. Könnt ihr dort auch einfach holen. Und dann, äh... Würde ich sagen, äh... Erstes Preparing. Aber würde ich sagen... Ben war der Part. Wir haben gute 20 Minuten erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao! ...